Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Gunsmiss Simulator. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Gut, wir hatten jetzt, ja beziehungsweise wir haben unsere erste Mission gemacht. Im Endeffekt ein kleines bisschen ein Tutorial. Haben bereits eine neue Waffe angenommen oder einen neuen Auftrag angenommen. Und den schauen wir uns natürlich an. So, hier haben wir unseren Koffer. Arbeiter in der Peacemaker, jawohl, das machen wir. Ah, guck mal, wie schick. Nehmen wir, die nehmen wir mit. Also wir müssen sie reparieren und reinigen. Das heißt, wir legen sie hier hin. So, was ich jetzt gelernt habe, ist, wir können sie aufnehmen. Genau, wir können sie aufnehmen. Ich will immer mit der rechten Maustaste drücken. Dann haben wir, wir können sie drehen, rotieren. Wir können auch mit AWS, können wir ran. Wir können scrollen. Gut, dann fangen wir mal an mit Auseinanderbauen. Zack, erledigt. Den hier. Weiter raus. So, Griffschalen nehmen wir weg. Die andere Griffschale, der ist aber fertig hier. Dann machen wir den hier weg. Ah, jetzt haben wir hier mehr Schrauben. Gucken wir an. Zack. Ein bisschen weiter raus hier. Dann sehen wir ein bisschen mehr. Trommel nehmen wir raus. Griff nehmen wir raus. Abzug nehmen wir raus. Und ich denke, das war's, oder? Ne, da ist noch. Da haben wir noch. Haben wir noch ein bisschen was. Was ich gut finde, ist, dass du nicht direkt ran musst. Das reicht, wenn du am grünen Teil bist und dann einfach die linke Maustaste betätigst. Noch irgendwas? Wie war das? Mit Control war... Interagieren links. Schwenken, halten, neigen. Scrollen. Okay, dann haben wir das. Gut. Da ist der Zylinder. Da können wir noch ein bisschen mehr auseinanderbauen. Okay, das heißt, wir müssen es aufheben. Dann scrollen wir mal rein. Die Rolle ist auch kaputt. Noch irgendwas? Ne, ich glaube, das war das. Okay. Den heben wir mal auf. Da muss auch noch was drin sein. Ne, hier ist nichts drin. Okay. Da fehlt der Stift. Den können wir noch abschrauben hier. Okay, wir heben es auf. Okay. Und dann haben wir natürlich noch unsere Feder. Okay. Also bei manchen Sachen musst du aufheben. Musst du in der Hand behalten, dass die Feder abgeht. Manche Sachen gehen von, von... auf dem Papier. Den da. Ne, ach. Okay. Na ja gut. Das hätte ich mir vielleicht ein kleines bisschen, dass du es in der Hand behältst. Wobei, du hast es glaube ich in der Hand behalten, oder? So, hier haben wir irgendwas, was fehlt. Ich glaube, hier haben wir alles. Das da wahrscheinlich kannst du nicht rausnehmen, oder? Ne. Da haben wir wahrscheinlich noch gar keine Möglichkeit. Da fehlt ein Bolzen. Gut, Waffe ist zerlegt. So, Waffe zerlegen. Griffbolzen. Du musst das Gewehr zu einem Einzelzeichen legen. Ähm, wo ist der Griffbolzen? Da gibt es keinen Griffbolzen. Wo ist der Griffbolzen? Haben wir irgendwas verpasst? Hinweis. Linke Kontrolltaste. Ach, da. Den da habe ich übersehen. Entschuldigung. So, bin wir jetzt zurück. Okay, wir wissen, was wir neu kaufen müssen. Okay, und was wir reinigen können. Das heißt, ich würde jetzt als erstes reinigen. Dann... Okay. Halt, alles wollen wir reinigen. Bestätigen. Dann nehmen wir das hier auf. Zack. Und jetzt haben wir den hier. Wir können es rotieren. Gut, haben wir. Haben wir. Das finde ich gut, dass es automatisch wechselt. Brauchst du gar nichts machen. Also das finde ich wirklich praktisch, ja. Das haben sie gut gemacht. Dann kaufen wir neue Teile. Dann weiß ich, dass wir einmal ein Peacemaker brauchen. So, suchen wir nach Peacemaker. Ja, soll ich vielleicht auch richtig Peacemaker schreiben. Gut, was brauchen wir? Okay, wir brauchen ein... Wir brauchen ein... Ist nicht nach Namen sortiert, ne? Dann geben wir es einfach ein. Wir haben ein Auswurfrohr. Ein Auswurfrohr. Ein Auswurfrohr. Auswurfmechanismus. Das haben wir. Das haben wir. Dann haben wir den Schlaghebel. den Abzug... Und den Abzugbügel. Habe ich es auch noch nicht genommen. Die Schlaghebelrolle. Die Schlaghebelrolle. Habe ich es falsche gekauft. Die Schlaghebelrolle kann ich rausmachen. Die brauche ich nicht. Das war's. Genau. Kaufen. Gut, haben wir gemacht. Er will keine Erweiterung. Das werden wir mal gleich sehen. Muss ich es erst... Ah, ich muss die Teile erst holen. Muss mich ein gleiches bisschen dran gewöhnen an den Arbeitsablauf. Aber ich finde es gut gemacht. Das ist ein bisschen... Also es ist schon realistisch, finde ich. Und dann kannst du noch viel mehr machen. Da freue ich mich richtig drauf. Man muss erst ein bisschen skillen. So. Okay, draufbleiben. Tauschen wir aus. Auch hier finde ich gut, dass die im Endeffekt schon grün sind, ja. Das macht das Leben ein bisschen einfacher. Dann weißt du, was du austauschen sollst. Und du lernst die Teile ein kleines bisschen. Das ist meine persönliche Meinung. Gut, das ist das hier. Dann tragen wir hier Öl auf. Du musst nur anklicken. Das finde ich persönlich gut. So, drei, zwei, eins. Das ist das Letzte. Sehr schön. Wartung abgeschlossen. Jetzt bauen wir natürlich zusammen, ha? Jawohl. Schraube rein. So, was haben wir als nächstes? Gut. Oh. Also, die Animation ist schon schick. Finde ich wirklich gut, die Animation. So, haben wir noch irgendwas, was wir dran setzen können? Ne, dann lege ich die mal wieder hin. Jetzt nehme ich den hier. Na, super. Noch irgendwas, was ich gerade in der Hand habe. Gehen wir ein bisschen raus. Abzug. Gut, noch irgendwas. Die Trommel können wir reinmachen. Ah, dann den hier. Trommelhalter. Zack. So, der kommt dran. Alles gut, dass es im Endeffekt einfach reicht, ja? Zu dem, was wir haben bisher. Man gewöhnt sich dann auch an die Position. Also an dem, wie du schaust, an den Blickwinkel. So, die da kommt mit. So, haben wir. Da kann man die Griffschalen anbringen. So, und dann legen wir die wieder weg. Dann machen wir den hier fertig. Läuft. Den hier. Läuft. Gut. Zack. Et voilà. Haben wir gemacht. Arbeiten beenden. So. Und jetzt machen wir eins. Ah, die... Guck mal. Die kann ich jetzt nicht schießen, ja? Nee, die kann ich nicht schießen, okay? Ah, nimm einfach Farbe und mache deine Pistole schön. Okay, ich muss malen. Hätte ich vorgucken können. Das ist hier hinten. Die erste neue Werkbank. Du kannst die Farben anpassen. Okay. Die verfügbaren Optionen sind, wähle Werkzeuge aus. Was haben wir aus dieser Liste? Jawohl. Das sind verschiedene Werkzeuge. Schwamm oder irgendwas. Mal gucken. Nächstes. Das sind die Farben. Okay. Und hier können Muster aus einer Farbe auswählen. Okay. Und dann kann ich es nur individuell anpassen. Mehr Glanz, mehr metallisch. Oh, cool. Nächstes. Und dann erstellen. Gut. Wähle eines der Muster oder Vollfarbe für das Ganze aus. Wir nehmen Vollfarbe. Ich will kein Muster. Nein, ich will kein Muster. Ach so. Aufkleber. Echt Stickers. Und Abnutzungseffekt. Ah. Gucken wir uns gleich alles an. Gut. Also ich hätte gerne Vollfarbe. Und zwar das hier. Mehr metallisch. Ich gehe ein bisschen in die Richtung. Ja. So. So. Leicht. Das ist... Ist das Vollfarbe? Was ist das hier? Okay. Das hat jetzt eben ein bisschen gedauert. War jetzt nicht so meins. Ähm. Ne. Ich schmeiße mal weg. Ja. Möchte ich entfernen. Also hier hakelt es noch ein bisschen. Aber das finde ich gar nicht schlimm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich jetzt nicht schlimm. Wie gesagt. Wir haben hier nach wie vor... Da kannst du die Farben wählen. Zweite Farbe. Geht ein bisschen ins Schwarze. Ach. Das war das hier. Okay. Sticker. Verwitterung. Ne. Wollte man nicht. Farbe entfernen. Farbe entfernen. Was ist das hier? Ah. Da kannst du nicht entfernen. Okay. Da gibt es keine Farbe. Okay. Und was ist das hier? Sticker entfernen. Verwitterung. Ne. Wenn wir es streichen, wollen wir es komplett haben. Also hier könnte noch ein bisschen Performance rein. Finde ich persönlich. Ich hätte gerne eine Vollfarbe. Jetzt ist sie weg. Das ist auch nicht speichert. Finde ich auch ein bisschen doof. Aber gut. Das heißt, du arbeitest dich wahrscheinlich von oben nach unten. Ich hätte gerne Vollfarbe. Nehmen wir. So, jetzt probieren wir das Ganze. Echt jetzt? Bitte nicht. Bitte nicht. Nein. Ich hätte gerne Vollfarbe gehabt. so, wir machen hier metallischen Glanz. So, Glanz. Metallisch. So sieht es besser aus. Besser, ha? Nein, nicht ganz so, wie ich mir es vorgestellt habe. Können wir das so lassen? Ja, ist fertig. Ja, ist fertig. Ist okay. Genau, so, an den Kunden zurücksenden oder an den Schießstand. Und jetzt gehen wir natürlich an den Schießstand, ja? So, wir gehen, nehmen die Waffe. Ah. Der hat einen eigenen Koffer dabei. Gut. Dann. Tut, tut. Oh, 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 oh. Was ist das denn hier? Das ist auch cool, ha? Aber wir wollen erst an den Schießplatz gehen. Wir wollen an den Schießplatz. So, willkommen im Schießstand. Drücke rechte Maustaste, um zu ziehen. Linke Maustaste, um zu schießen. F, um den Feuerwahlschalter oder die Sicherung zu ändern. Das ist die Waffe 1, die wir haben. Also, wir können auch mehrere mitnehmen. Das ist die Reichweite, die wir ändern können. Also, ich würde sagen, für den Dinger 5 Meter. 6 Schuss ist okay. Die Tastenbindung. Okay, fertig. So, Target Shooting. Was haben wir hier? Mal gucken. Zubehör. Ah, Zubehör entfernen. Okay. Aha. Jetzt gucke ich mal. Das ist das hier. 50 Meter ist viel zu weit für den Kollegen. Was ist das hier hinten? Also, ich finde die Grafik wirklich nett, ja? Ist das ein Minenfeld? Ah, ne, das ist Tontauben. Tontauben schießen. Das ist ganz normal. Was haben wir hier alles? Oh, guck mal. Hier ein schöner Barbecue, ha? Boah. Da kann man es, da kann man es lassen, ne? Da kann man es sich schön... So, wie kannst du die 50 Meter... Mal setzen, hier. Ah, Target Spiel. Okay. Ohne Mac Challenge Scharfschütze freischießen. Hier. Akzeptieren. Oh. Benutze die Taste, um zu zielen. Okay. Wir haben hier 20 Meter. So, ich würde sagen... Hier, oder wo musst du da hin? Ich glaube, da darfst du nicht hin. Ah, ja, genau. Ah, guck mal, da kannst du... Dann siehst du, wo du warst, okay? Links zentrieren. Ah, ne, neun. Ah, da siehst du es. Ähm, wie war das? So, Feuerwahlschalter für den Zyklus. Mhm. Mhm. Okay, Waffe ist leer. Und mit R können wir nachladen. Wie geil ist das denn? Ah, das ist echt fun. Das nächste machen wir auf jeden Fall ein Gewehr, würde ich sagen. Holler die Waldfee hier. Was ist da? Wer Forge in Fire kennt, der wird sagen... It will kill. Ja, nice, muss ich sagen. Wirklich nice. Es ist hier. Also, okay. Gut. Gefällt mir. Gefällt mir. Kann man ausmachen? Das ist eine coole Sache hier. Gefällt mir. Ah, wirklich nett. Hä? Bring mal zurück. Eigentlich musste ich es danach nochmal kurz putzen mit Ballistol. Äh, Werkstatt. Also, der Sound ist wirklich gut gemacht. Ich bin mir mal gespannt, ob die andere sich anders anhört. Weil, wenn sie das wirklich originalgetreu machen... Ich weiß nicht, wie es jetzt so ein Cold anhört, so ein Peacemaker, ja. Aber... Gut, wir sind zurück. Dauert ein kleines bisschen, bis es geladen ist. Aber, wie gesagt, wir sind in der Early Access Variante. Also, das ist vollkommen okay. Info. Okay. Ich hätte gern vorläufig, ich hätte gern die Waffe. Waffe aus dem Pkw nehmen. Ah, das da. Ah, mit X. Okay. Da kann ich sie reinpacken. Da kann ich sie nicht mehr drauflegen. Das heißt, ich lege sie jetzt weg. Und gebe sie ab. Oh. Sehr schön. Level 1. Komplett. Gut. Sehr schön. Dann schicken wir das zurück und nehmen den nächsten Auftrag, meine Freunde. So, die zurücksenden. 150 Tacken. So, die nächste. Was ist das hier? Schießen in seiner schönsten Form. Wie ist es an deinem neuen Arbeitsplatz? Du weigerst dich, Anrufe zu beantworten. Nicht einmal von deinem besten Freund. Also glaube ich, dass du eine Menge zu tun hast. Hör mal, dein Großvater ist zum Schießstand zurückgekommen. Würdest du vielleicht auch kommen? Ich werde ein bisschen aufräumen. Ich schicke dir die Adresse, während ich diese E-Mail schreibe. Achte darauf, dass du sie öffnest, sobald du die Nachricht bekommst. Du kannst sie im Auto überprüfen. Der Schießstand befindet sich auf einem Privatgelände. Du kannst also so viel schießen, wie du willst. Aber mach nichts kaputt. Du kannst deine Treffsicherheit überprüfen oder ein paar Scheiben schießen. Okay, und dann nochmal, du hast doch eine private Waffe, oder? Ist okay. Und das ist Alice. Gut, wir haben keine private Waffe. Wir kaufen es auch keine, denn ich möchte einmal hier eine Glock. Okay. Wir wollten ein Gewehr machen. Was wollt ihr? Wollt ihr eine Uzi? Eine Ulrich Zimmermann. Eine Uzi. Damit habe ich auch schon eine Erfahrung. Das ist auch nicht schlecht. Das ist einfach mal einen Raum reinwerfen und dann warten, bis es vorbei ist. So ein geiles Teil. Ich würde aber ein kürzes Gewehr. Habe ich Bock drauf, oder? Ja, komm, wir nehmen das kürzere Gewehr. Ich habe euch versprochen, wir machen ein Gewehr. Und wir machen auch ein Gewehr. Gut, haben wir gemacht. So, dann. Wir nehmen das hier. Zack, und dann gehen wir mit Gewehr schießen, auf jeden Fall. Oh, guck mal hier. Mit so einem habe ich auch schon geschossen. Geile Sache. Geile Sache. Es gibt Vorteile, wenn man Freunde und Verwandten in den Staaten hat. Aber ein Beginn. Sehr schön. Zack. Aha. Ah, besondere Zwecke. Aha. Guck mal, hier gibt es auch andere. Oh, oh. Verstellbar mit Schaft. Der Kunde will Kurzgewehr. Oh, guck mal hier. Oh. Ich kann deine Otze. Gut. Dann nehmen wir den hier. Der Kunde will das hier. Das da genau, das da war es. Gut, montieren. Wir bauen erst mal ab. Das heißt, ich nehme die erst mal in die Hand. Das müsste noch geändert werden. Wir gucken sie uns gerne mal an. Oh, wie schick, ja? Oh. Gut gemacht. Gut. Magazin kommt raus. Angriff kommt raus. Schafft. zack. Gut. Von der Schiene montiert. So, Mund ist Feuerbremse. Oder Dämpfer jemand, wie man sagt. Kann man hier ein kleines bisschen nach links oder rechts? Nee, kann ich nicht. Also da ist schon ein bisschen lang. Aber es geht, wenn man raus macht. So. Gut. Haben wir. Der kommt raus. Der kommt raus. Zack. Zweimal. Und den hier. Und den hier. Dann kann das Rohr weg. So. Den müssen wir bestimmt auch auseinander bauen. Haben wir da einen vergessen hier? Da ist er. Da ist die Schraube. Okay. Perfekt. Und Abzug können wir noch nicht auseinander nehmen. Ich denke, es wird später, wenn das ein bisschen, ähm, ich würde mal sagen, wenn es ein kleines bisschen mehr, Sekunde. So. Das kann ich mir vorstellen, in dem Moment, wenn wir ein bisschen fortgeschrittener sind, dass wir das auseinander nehmen können. So. Jetzt gucken wir mal. Den Hammer haben wir nämlich noch. Das ist nämlich alles hier drin. Das heben wir auf. Bauen hier noch aus. So. Den Hammer. Jawohl. Den Hammer. Müsste komplett sein, oder? Der Hammer. Irgendwas fehlt noch. So. Klappe. Na komm. Gut. Haben wir irgendwas? Ne, es ist vollständig. Das, da haben wir noch einen. Nehmen wir raus. Ich scrolle mal ein bisschen, dass du ein bisschen mehr seht. Zack. Haben wir alles? Gucken. Den können wir noch auseinander bauen. Gut. Der Bolzen, der wird normal da liegen, aber das ist okay. Hier haben wir doch alles, oder? Ja, hier haben, da habe ich noch eins übersehen. Guck mal hier. Zack. Okay, der muss man aufheben. Bitteschön. Gut, jetzt haben wir sie alle. Jawohl. Den haben wir. Da kann man den hier noch wegmachen. Da vorne ist noch einer. Das ist erledigt. Der ist erledigt. Das Magazin können wir bestimmt auch auseinander bauen, oder? Ne, das Magazin können wir nicht auseinander bauen. Ne, das Magazin können wir nicht auseinander bauen. Gehen wir mal gucken. Wie sieht es mit dem Griff aus? Den da kann ich noch bauen hier. Okay, heb mal nicht auf. Was kann ich hier noch alles abbauen? Gucken wir mal. Abgeschlossen. Sehr schön. Wir haben drei Teile, die wir neu machen müssen, und wir haben reinigen. Gut. Ich kann mir vorstellen, dass je mehr im Fortschritt wir voranschreiten, desto mehr zu tun haben wir. Gut, meine Freunde, wir sind wieder am Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like, lasst mir ein Abo da. Wahnsinnig gerne auch einen Kommentar, was ihr aktuell von dieser Reihe haltet. Würde mich wahnsinnig freuen, und in diesem Sinne springe ich in die nächste Folge. Bis dann. Danke. Ciao, ciao. Ciao.